Stelaris Wie ging das sowieso nicht, oder? Regierung Reformen, das geht nicht Fanatische Materialien Staatselemente Ich glaube, wir konnten das sowieso nicht machen, wegen fehlendem Geld Hier da, 250 Regierungsformen Klicken, das müssten wir haben, dann könnte es weitergehen Ich habe nur 98 Da oben momentan stehen und ich glaube, wir sind Noch im Negativbereich, das sinkt Dann noch So, Budget ist klar, sind wir auch schlecht dran Wir sind immer überall momentan Schlecht, das ist unser Problem Ja, was sollte man Da tun, das ist die Frage Was soll er stellen Ja, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit Dann Das machen wir weg, das hat uns ja jetzt nichts gebracht So, hier wollten wir Eigentlich ein Schiff, da stand aber, dass es schon Erforscht ist Das war in der letzten Folge, das ist Das hier Aber Achso, okay Das gibt dann noch Unterpunkte, die wir aber alle Schon soweit haben Das Also hier geht ja noch mehr, das wird Wahrscheinlich dann demnächst wieder was aufpuppen Dass da wieder was entdeckt ist oder irgendwie sowas Ja, müssen wir daran bleiben am Ball 7 von 8 Bewohnbare Welten erkundet Forschungsstationen gebaut 3 von 4 Ja, wir sollten zusehen, dass wir diese Belohnung hinkriegen dann Weil die würde uns hier vielleicht auch irgendwo hinbringen Ja, Forschungsstationen gebaut Keiner Das war jetzt falsch Ich muss da hin, um dann zu scrollen Okay Ja, das ist jetzt hier schön Aber wie kriege ich das hin? Ich habe doch Forschungsstationen schon gebaut, oder? Wo es Physik, Sozial- oder Ingenieurressourcen gibt Tja, und Habe ich gemacht, hat aber nichts gebracht Oder wie war das, ne? Wir brauchen ein Konstruktionsschiff Das haben wir da Das ist jetzt mal hier, sagen wir mal Und hier haben wir Sozialforschung So, das würde bedeuten Ich kann jetzt hier Könnte ich hier eine Forschungsstation bauen Wenn ich dafür Dieser Himmelskörper, der Klasse, der liegt außerhalb unserer Grenzen Okay, deswegen geht das nicht Das bedeutet, das Konstruktionsschiff Gehen wir nochmal an Ach da, das ist jetzt da oben Das hatten wir schon dafür abberufen, ne? Hm, und wir haben jetzt Ja, bringt uns jetzt aber gerade nicht Weil wir müssen unbedingt zusehen, dass wir hier irgendwo jetzt erst hinkommen Und zwar fliegen wir das Schiff hier hin Und bauen da eine Forschungsstation Und gucken, ob das dann funktioniert Mit dem Dingenssach schon Ja, da wäre es Ja, werden wir uns steigern Wir müssen jetzt aber ganz schnell hier noch den Button wegmachen Sonst wird das alle nix Ja, gut Entschuldigung Und das letzte, was ist das? Erforschen Melohnung, Einfluss der Spezialprojekte Anomalie entdeckt Warte, machen wir auch eine Pause Da gehen zu viele Fenster wieder auf einmal auf Migrationsabkommen Einladung Okay, das ist jetzt nicht wichtig Das Wichtige wäre Anomalie ist hier Wissenschaftler wechseln Vorerst Ruhe lassen Jetzt wüsste ich gerne, wo das ist, ne? Der hat fünf Sterne Das kann nicht viel schlagen Ist drum Ist drum Seh nicht Ja, machen wir Oh, Allianzuntersuchung Wir könnten da Einfluss kriegen Abschluss in sechs Monaten Okay, da müssen wir dann auch noch was machen Aber jetzt müssen wir gerade schauen Wo dieses Strom System ist Das ist auf jeden Fall nicht da Das kann keiner lesen hier Und da ist es aber, ne? Okay, und wo ist das dann genau? Hier, da Ungewöhnliche Energiemesswerte Gut, dann müssen die da mal hinfliegen Und gucken, dass die das dann machen, ne? Gut, das war das Forschungsschip Was diesen Auftrag jetzt hat, oder? Ja Klicken wir mal an Dann müsste der Weg ja da hingehen Ach, das ist schon vorhanden, oder was? Das ist schon Ah, jetzt vor Ort Eben war es da noch nicht Oder habe ich mich für Tano das nicht gesehen? Wir werden weiteres dann Auf jeden Fall hinkriegen Gut, das weg Läuft Den Haken wieder wegsetzen So Ja, das ist negativ Das ist auch noch mit 0,3 negativ Das ist schade, ne? Stationsunterhalt Das ist das teuerste Gebäudeunterhalt Station Schiffsunterhalt Schiffe sind auch noch zu teuer Wäre das jetzt zu sagen Komm, wir machen mal gerade eben ein paar Von der Streitmacht weg Aber wir werden Total unterlegen sein Aber Momentan sehe ich schon Fast keine Möglichkeit Was anderes zu tun Wie die Flotte aufzulösen, ne? Dann lassen wir gerade schauen Station Schiffsunterhalt 14,25 Wenn ich das jetzt auflöse Zustimmen 14,25 Ja, 25 Hat uns das jetzt eingebracht Und was ist jetzt hier? Erstmal langsam Um die Nürzforschung Ja Magnetische Umkehrung Verblüffend Magnetpolis Mons Vertauscht Glücklicherweise wurde all das Von den Sensoren Unseres Schiffs erfasst Was unserer Wissenschaft Da vieles wert wurde Daten Na, okay Ist das erledigt? Ingenieursforschung Ist Irgendwas zu Ende Achso, das ist ja Diese Forschung Dann schon wieder Das ist die Frage Was wir hier erreichen können Energiewaffen Zu der Geschichte Materialien Neue Bauoptionen Gibt es dann Kostet 150 Der Roboter Und 50 Wenn er Mineralien Unterhalt Kostet er 1,0 Können wir uns sowieso Wieder mal nicht leisten Dann, ne? Raumhafen 3 Könnte man da bauen Und ein Zerstörer Neuer Schiffstyp Das hört sich doch Richtig gut an, oder? Weltraumkunde Vielleicht können wir dann Diese Schiffe nehmen Und nachher Zerstörer nehmen Und die Jetzigen Korvetten Oder was war denn das Dann Ja Ausmustern So Wenn ich jetzt Vier von diesen Schiffen Rausschmeiße, ne? Ist das hier der Scrollbar Ich glaube ja, ne? Aber das ist nicht viel Ich schmeiße jetzt Vier Schiffe raus So Da geht der schon Auf 1 runter, dann, ne? 1,94 Es macht ja keinen Sinn Diese ganzen Schiffe Zu unterhalten Und wir können es uns Nicht leisten, ne? Okay Die haben Nicht-Ankaufssystem Erkundet Okay Brauchen wir jetzt Nicht mehr weiter Okay Ist auch okay Und jetzt haben wir hier noch 1,19 Ja 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 69 44 44 Noch 2 Schiffe weg Und wir haben Plus, oder? 19 Und jetzt ist eine Positive Geschichte Minimal aber doch Plus Gut, musste jetzt erstmal Vorübergehend sein Wie sich das weiterentwickelt Müssen wir dann mal schauen Mal schauen, was die Zerstörer dann mit der Zeit bringen Und Interessanterweise Ist hier jetzt auch Plus Aber da steht Zugewinn 0,0 Hm Müssen wir dann mal schauen Wie sich das weiterentwickelt Es sind nämlich nur noch 96 Das waren schon 98 Naja, jetzt hatten wir hier noch Dieses Einfluss Oder Spezial Wo ist denn jetzt Unser Forschungsschiff Das macht nix Beziehungsweise Und dem Forschungsschiff War auch jetzt nicht Das Was ich Das kann erforschen Okay Wahlversprechen Haben wir irgendwie nicht eingehalten Auch wieder so schön Das ist in 6 Monaten zu Ende Anführer Anführer ist verstorben Das ist schade Müsste man einen rekrutieren Aber wie wir sehen Ach, können wir sogar Das Geld hätten wir dafür Ja Ja Reproduktierungskostenanführer 34 Das sind wir hier Intellektueller Feldproduktion Physikforschung Sozialforschung Das macht die Erde plus Sogar noch ein paar Oder ein paar mehr Nicht aber einer Darunter Anpassungsfähig Erfahrungszuwachs Ja, wenn dann wäre Diese Person jetzt Für mich ganz interessant Glaube ich 38 38 Ist noch relativ jung Und könnte hier drei Sachen Auf einmal 10% bringen Ich rekrutiere diese Person Und die ist verfügbar Bedeutet Wir haben jetzt hier Eine neue Dame Oder ist ein Herr Ne, ist ein Herr Der hat nur Da oben Oder so Der ist der neue Planeten Gouverneur Okay Der ist verstorben Ja So Forschung Machen wir Das ist schon mal cool Dauert auch nur Drei Monate So Und hier wollen wir noch Eine Bergbaustation Bauen Aber die macht Unser Konstruktionsschiff Hier schon Angeblich Da würde ich jetzt Mal gerade fokussieren Was soll man denn hier Noch anhalten Zurück Und verlegen Und gehe zu Da wird es gebaut Da ist die Station So Und das würde bedeuten Das müsste hier auch Was werden Oder So Und die ist jetzt fertig Oder Ne In Anführer hat eine neue Stufe Erreicht Vier Sterne Wow So Forschungsstation ist fertig Äh Dann müsste das eigentlich Abgeschlossen sein Oder Stopp Ist es auch Ist nämlich weg Das dauert noch zwei Monate Ja Wie sieht es hier aus 0,71 zu gewinnen jetzt Und hier Kein zu gewinnen Auf Lager 46 von 1000 Ja da müssen wir noch dran arbeiten Dass das besser wird Ne da wollte ich gar nicht hin Das hat sich auch da Ne das ist nicht der nächste Das ist da drunter Gut Bewohnbare Welten erkundet Das ist jetzt fertig Das ist gut So Uralte Bergbau Heuchposten auf Ass einrichten Gibt Spezialprojekt aus Bergbau Drohnen beobachten Und das andere ist Beginnt die Ereigniskette Bergbau Drohnen Analyse Und das war Gibt Spezialprojekt aus Bergbau Drohnen Beobachtung Ja Nicht aus den Augen lassen Ist klar Das machen wir Das oder das Es ist schwierig Das zu beurteilen Jetzt was wir da machen wollen Hier Gucken wir nur Da analysieren wir Ich bin fürs analysieren So Drohnen demontiert Da stehe ich jetzt natürlich Was anderes eigentlich drunter Aber ist so Gut Okay Aber ich sag mal Für die Folge soll es dann Erstmal wieder reichen Ich bedanke mich recht herzlich Fürs Zuschauen Und würde mich freuen Wenn ihr das nächste Mal Auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss Bis dann 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 Bis dann